auf geht's hör auf mich zu beschießen ich weiß dass du das bist garantiert wieder und damit steigen wir mal wieder ein auf eine neue runde battlefield 1 wir spielen heute ist mal wieder der ballsaal dran der gute alte und da darf natürlich das hau nicht fehlen nicht fehlen und eine anmerkung noch im ballsaal herrscht krieg krieg im ball so viel dazu wieso wer hat dann was anderes behauptet hier einfach nur anfühlen wenn der aks ist ja wohl stärker als eure knüppel die ihr da in der hand habt aber werfen wir munitionspäckchen dann kann ich wenigstens mal ein bisschen munition verschwenden und dann kriegst du gleich punkte da vorne da stürmen sie alle du welcher idiot hatte tor hier zugemacht will der mich verarschen der hat echte tor zugemacht krass robert war hier robert na geht doch endlich sonst erst wieder auf die artetour machen so hast du jetzt hier auch den sturmsoldaten drin oder was nee immer noch den versorger wie jetzt hier an und läuft sich erklärt haben ja wohl nicht wahr sein gleich mal multi klinik hier so macht man das wo sind sie denn ich weiß nicht mal wo sie sind der erste war auf eine granate war der butz kannst du heilen aber selbst wenn ich könnte ja selbst wenn ich könnte würdest du nicht machen weil ich bin war der butz die druff da jetzt voll untotbar ja das stimmt bin eigentlich ich bin unzerstörbar bis jetzt da freust du dich oder da stehen sie alle aber das war gerade sehr lustig da war ein guter start glaube ich 12 zu 1 kann man schon mal kann man schon mal machen 12 zu 1 hast du ganz gerne nachgucken ja wenn du mir nicht glaubst ja der wirft sich einfach nur hin fast den ich auch schon mehrmals jetzt den kopf getroffen habe na 12 zu 2 das war mit klarkommen mannust 1904 ist auch wieder einer von den älteren sag mal willst du mich verarschen da oder was du scheißkind was ist ja mit ihm los alter schulden für die ausdrucksweise von der miese vater du scheißkind ja das wissen die ja nicht dass du keine kinder hast du ist ja keiner jetzt wissen sie es ja jetzt wissen sie es ja aber vielleicht ist es ja auch hier logen vielleicht hast du auch zehn kinder und spielst lieber battlefield 1 anstatt dich um deine kinder zu kümmern kann sein ja man weiß es nicht man weiß es nicht man munkelt man munkelt man vorunkelt kann man auch in einschläge in foren nachlesen du bist wieder bei b du bist überhaupt ich bin außenseiter ja immer schon ach blödsinn schön dass wir hier auch bitte auf einander hocken irgendjemand behackt mich hier mann hör auf wenn jetzt die gegnerste kommen hier du oh komm der ist vor und erst mal einer bei uns oh alle haut ab da ist jeder schon habt ihr den da kommt der reiter gott der reitet wird daher im kreis voll der bastard oh er ist tot ein glück großartig gut das war wieder highlight oh ja highlight da hinten das highlight das real double x war ein tot das highlight ey scheiße das warte ich schon wieder und verloren naja wir haben auch irgendwie verloren die runde können wir eigentlich schon als verloren betiteln das warte weiter und lass dir nicht alleine da one two eighty five kommen wo bist du denn ach gott da eben bei b wieder ne das ist gut hier komm her hilf mir mach ich ja schon komm jetzt rennen wir zu c na gut ich renne ihr werdet doch schon wieder beschossen da ist er mal hinter mir ich werd als erster abgeknallt na klar da sind vier leute in dem trupp in mich wird er wieder als erstes hör doch auf da kann man doch nur schon ja alle leben noch alle ja der ernste trupp der land gerannt ist ey du dummes schwein ey jetzt bin ich schon 5 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 6 7 7 7 7 8 9 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 8 10 Selbst durch Streumunition hätte den schon zermobt, aber richtig. Zermörselt, zermörsert, man. Zerbröselt, was auch immer. Alter, du stirbst doch, sag mal. Mit der Panzer-Dings-Panzerbüchse und Panzerabwehrgranate muss man auf den einschießen, damit der mal drauf geht. Wollt ihr Terminator schon wieder da? Scheiße. Was ist denn hier? Die sind hier unten, ey. Oh nee, da gibt ja kein Bock drauf. Ja, jetzt schießt mich von oben, ey. Na, tot. Das war so klar, ey. Mann, ey. Nur eine Minute. Oh, was ist denn mit ihm los? David, wir müssen wieder zusammenbleiben, jetzt. Ja, das ist ja immer meine Rede. Das geht so nicht, das geht so nicht. Was ist... Was, was, wo denn da? Überhaupt nicht erkannt. Kann schon wieder nicht bei dir spawnen, doch jetzt. Da ist ein Panzer bei dir irgendwo. Oh Gott. Schwierig tot, ey. Oh, die überrennen uns aber hier in den Süd gerade. Oh, gut. Scheiße, dummer. Mann. Yes. Okay, das war's. Jetzt kommen sie auch schon wieder zu dem anderen Punkt hier. Was auch immer das für ein Punkt ist. D. D, genau. Den mein ich. Von C kommen sie alle wieder. Wir müssen den taktischen... Mann, dummer, schnacker. Fuck. Weg wollen. Geil, ich fahre. Ich darf mal einen Panzer fahren und der ist natürlich im Arsch und so wie. Das ist so geil. Das ist das erste, was der macht, wenn der mich sieht, der legt sich hin. Weil der genau weiß, wenn er sich hinlegt, kann er nicht mehr getroffen werden. Das wissen alle. Aber nicht mit mir, Freundchen. Kriegst du halt die Panzerbücher in die Fresse. Hier geht's ja ja nicht lang hier hinten, oder? Doch, hier geht's lang. Wenn ich das will, dann geht das hier hinten lang. Da hinten, da läuft da schon wieder einer. Hundertmal markiert, aber passiert nichts. Wir starten jetzt einen Guerilla-Angriff. Hier, ich hab' ein Schlupfloch hiervon. Hm, was für ein Schlupfloch? Ich bin jetzt etwa die Treppe hier hoch. So, wir sind durch das Tor hierher. Oh, da kommen sie alle von da auf immer. Alter, drei-, viermal mit der Schrotflinte in den Kopf geschossen. Da ist dieser, naja, das ist wieder diese Elite-Klasse. Ich hab's nicht erkannt, ey. Erst von hinten mit der Axt auf den Kopf eingeschlagen und dann noch vier Schrotflintenschüsse in den Kopf. Aber trotzdem noch 60 Lebenspunkte, voll übertrieben. Alter Schwede, krass. Ich bin hinter dir. Ach nee, das ist ein anderer. Wo bist du? Bist du hinter mir? Nee. Töte ihn hinter mir. Ich glaub' jetzt mal bei dir, hier. Körnreiter. Ach, scheiße. Akku vom Headset ist fast leer, falls ich gleich weg bin, so sein sollte. Nicht wundern, ja? Ja. Ich bin natürlich mit der Schrotflinte wieder völlig verloren hier auf der offenen Wiese jetzt hier, ey. Naja, das ist natürlich hier kacke, das ist richtig. Ja, genau, das war's schon, ja. Genau, die Schrotflinte. Ja, die Granate prallt natürlich an dem dünnen Stahl-Dings da ab. Mann, und ich hab immer noch die Schrotflinte drinnen gelassen, ey. Voll der Idiot schon wieder. Großartig. Ganz große Kino. Ja, da wollte ich wieder zu schnell sein. Dafür lieben dich deine Fans. Richtig. Genau, überfahren und dann, oh Gott, ey. Sanitäter. Oh, tatsächlich wiederbelebt. Oh Gott. Bist du doch bei dir, oder? Mit der Panzerbüchse getroffen, ey. Der lebt noch. Ich frag mich, wie das jeden soll schon wieder. So, jetzt bist du aber viel über, du. Ja, ich bin bei dir noch, ja. Wieso nicht, ob wir hier mal wegkommen von dem Punkt. Ich muss dringend die Waffe wechseln. Geht gar nicht mehr hier, ey. Ach, Mann, wo sind sie denn überall? Hm, auf jeden Fall. Keine Chance hier, ey. Ich geh jetzt wieder hier hinten lang, ey. Da vorne wird das ja eh nischt. Warum dreht der jetzt um hier? Wird ja schon wieder beschossen von da oben. So, bist du noch da? David? Robert? Ja, da bin ich wieder. Gut. Äh, da bist du wieder. Da bin ich wieder. Da bist du wieder, Robi. Weil der wiese Sound jetzt auf einmal. Man, man, man. Hoffentlich verstehen sich unsere Zuschauer überhaupt noch. Ja, das kann ich mir vorstellen. Tut mir leid, aber ich war jetzt gleich vorbereitet. Qualitätsverlust hier. Nee, nee. Besser als gar nichts auf jeden Fall. Das braucht man auch nicht immer hören. Ich will ja auch Händschirm für Scheiße. Gerade deswegen. Sehr schmeichelhaft. Hab ich. Da war doch ja keiner. Na klar war da keiner. Aber nicht bei mir. Ich glaube, das soll ja markiert, du. Echt? Nee, dann muss das irgendwie ein Serverproblem gerade gewesen sein. Bei mir war da nicht mal eine Leiche. Kann man so einen Granatenwurf eigentlich auch abbrechen nochmal? Nee, oder? Äh, meiner Meinung nach nicht. Nicht, nee. Kannst du nicht. Mach ich ja nicht. Au, Achtung, Granade. Jetzt, ich muss mich hier konzentrieren. Ich bin jetzt hier keine Zeit für Spiele rein. Klingt voll dumpf, der Sound. Dein Sound klingt dumpf, ja. Ja, ja. Mumpf. Mumpfig. Mumpf. Wow, wo kommt die Granate her, du? Alter. Granatings. Weg, ey. Und bin auch weg. Wo bist du denn hingerannt? Hier lang, ja. Ja. Aber hier ist doof. Und ich nimm C ein. Irgendwelche Befehle. Granat, hör raus. Hab mal hin. Granat, hör raus. Aufpassen. Hab noch mal hin. Mann, wo ist denn hier? Ist doch Munition. Nimm dir doch da die Assi. Okay. Da war ein Gegner auf jeden Fall nochmal. Auf Pferd, ne? Granate. Tot. Ja, bin auch fast tot. Ne, der Gegner auf dem Pferd ist tot. Der ist auch tot. Oh ja, lauf. Wir verlieren Einsatzziel Cäsar. Wir waren jetzt alle fertig. ESA-Kinder, das wundert mich aber. Man nimmt auch schon wieder C ein. Dann gehen wir wieder zurück. Oh, netter die Video. Okay. Hinter Auer, aus dem Gang, wo wir eben kamen, sind sie. Da ist einer, kommt jetzt vorgerannt. Wirft ne Granate. Gehen wir ein Stück zurück. Ah, hab ich. Wirft gleich noch ne Granate. Da kommt jetzt ein Zweter hinzu. Oh Gott, die hab ich gar kacke geworfen, ey. Ena ist tot. Der andere liegt. Ah, der ist weggerannt. Mann, renn um die Ecke. Fotze, lad nach. Mann, jetzt kommen die von da hinten schon wieder. Mann, ey, da. 10 zu 9, meine Fresse, ey. Was für ne Statistik schon wieder, ey. Das ist doch wieder zum... Mäuse-Mäuse-Mäuse-Mäker. Ach, der Mäuse-Mäker. Wie bei den Simpsons. Oh, Multi-Kill. Oh, eine Neppanze! Oh, Gott, ey. Oh, jetzt kam einer. Von da aber. Oh, Mist. Knappe Geschichte, die haben's da Sache, ja. Los! Nun gibt Gummi. Los, Julia, los! Los! Oh, ich bin raus. Nee, du, tut mir leid, hier bin ich definitiv raus. Was solltet denn? Das ist doch wohl ein schlechter Witz. Das ist doch wohl ein schlechter Witz. Wo denn? Ich seh nicht mal. Geht nicht lauter. Doch, Mann. Oh, die Mauer angezündet. Mann, wo will er denn hin? Was macht er denn jetzt hier wieder? Crazy Boy Popeye. Boah. Leicht abgestürzt, das Flugzeug. Ach komm, ich renn mal hinter dir her, falls ich's noch überlebe. Wo sind sie denn? Ich kotze, bin ich dämlich, ey. So ein dummer Spast bin ich. Krass. Alter, wartet. Na, immerhin zieht das als Kill. Och, Gott sei Dank. Na, immerhin etwas. Was, dit schlecht. Ja, sei Dank ist dit nicht auf, oh Gott. Was, was ist denn passiert? War das der Typ, der sich da verkrochen hat in der Ecke dann? Ja, Mann. Den hab ich dann getötet. Ja, Gott sei Dank, sehr gut. Dann hast du den King gekriegt und ich hab die Efe dafür. Dann hat's ja doch noch ein muted Ende genommen. Gleichsweise, aber schlechter Vorteil trotzdem. Und, dort. Pau bloß ab, da. Da oben auf der Mauer ist wieder ein... ...einer mit einem Mondragon-Sturm... ...Gewehr. Ne, na, der was ganz besonderes ist, seiner Meinung nach, wa? Ja, ja, ja. Na nun komm, muss man da erst weh mal wieder auf den einprügeln. Gibt's doch ja nicht. Geben wir gleich zu C, oder wat? Boah, der fährt erstmal mit dem Auto da rein, ey. Der ist ja auch nicht schlecht. Oh, ich hab da, weiß ich... Oh, wie viel waren denn da? Alter, das waren da gefühlt. Oh, 50. Fünf Leute, meine Güte, ey. Fünf Leute, richtig geil. Mein Nutzt, mich hat gerade fünf Leute getötet, falls man's nicht hören sollte. Falls man deine Stimme nicht hört, weißt du? Deswegen wiederhole ich nochmal die wichtigen Sachen. Also nicht gleichzeitig, aber hintereinander weg. Achso, ich dachte, du hast das Auto und die... Oh Gott. Oh. Du hast ja Munition dabei, ja. Ja, aber ich bin gleich tot. Na, ich auch so gut wie. Aha, voll in den Kopf geschossen. Vier Lebenspunkte hat er noch, achso. Achso, vier Lebenspunkte, obwohl man mit der Schotlinte in den Kopf schießt beim Bayonettangriff. Töte ihn. Ich bin tot, der hat mich mit einem Bayonettangriff. Oh, da kommen ja alle, ey. Da hätte man schon wieder so abgehen müssen. No, nein, schmilfen. Ja, genau, wenn ich... Ach, ist doch scheiße hier, Mann. Komm mal, hab da den hier, du. Mann, raus aus dem Panzer. Rallo. Rallo. Willst du mich verarschen? Ich bin absolut... Äh. Hass, 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 Hass. Der ist so wie ein Arschloch, der einfach da oben auf der Mauer da wartet, ey. Kiekt sich von da oben die Landschaft an und... Immer noch derselbe, dieser... Wieder der mit dem Mondragon, der hängt immer noch an derselben Mauerecke da oben. Das sind so diese Ecken, wo halt auch keiner lang rennt. Oder nur ganz selten. Ich renne da nochmal hin. Ich bin mal gespannt, ob der immer noch da steht. Der wird mich bestimmt nochmal abknallen. Ja, na klar. Also, wenn ich den mit der Axt einmal hinten ins Genick rinhacke. Oder schlage. Denn... Kann... Kann, weiß ich nicht, wie der das überleben kann. Vor allen Dingen kommt diese Animation einfach nicht. Der schlägt einfach bloß drauf. Also, die Axt, die fällt mir nicht. Die nehm ich wieder raus. Statt hier jemanden abzuknallen, macht er irgendwas Sinnvolles jetzt noch hier, ey. Zwanghafter versuchen, das Pferd da zu beschießen. Völlig unnötig. Und der hockt immer noch da oben, tatsächlich. Ist das krass. Das ist so ein Arschloch, ey. Wie der da oben immer noch hockt. Ja, jetzt kommt da die Leiter runtergeklettert. Und genau in dem Moment wird das Spiel beendet. Krass. Oh. Dieser Penner, der da oben die ganze Zeit an der einen Mauerecke da hing, ey. So was macht denn wahnsinnig. Die willst du dann einfach töten, um jeden Preis. Ja, gut. 13.000 Punkte. Nischt. Nischt war das hier wieder. Verteidigte Flagge hin. Oh, positiv sogar. Mein Gott. Dann Johnny wieder. So. Sehr gut, war dann voller Erfolg. Das war's. Lars. Ja. Ja, sind wir raus. Lars sind wir raus für heute. Macht's gut. Genau. Bis dann.